Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK Sprechstunde. Das Thema heute ist Depression und als Gast und Experten haben wir Herrn Prof. Dr. Michael Berner gewinnen können. Herr Prof. Berner ist Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Gründer und Direktor des MHI, des Mental Health Institutes. Herr Prof. Berner, willkommen. Guten Tag. Sagen Sie, was ist eine Depression? Eine Depression ist eine Veränderung des fühlens, denkens, wollens. Wir erleben uns einfach anders, als ob wir das Leben durch eine dunkle Brille anschauen würden. Welche Symptome kann eine Depression machen? Eine Depression ist dadurch gekennzeichnet, dass sich unser Körper und die Interaktion des Körpers mit unserer Seele verändern. Aber Kernsymptome der Depression sind, dass wir uns im Grunde genommen nicht mehr richtig freuen können, dass uns die Energie, der Antrieb für die Dinge fehlt und dass wir das Interesse an bestimmten Dingen verlieren. Das sind die drei Kernsymptome der Depression. Da kommt noch furchtbar viel dazu, aber das ist das wesentlich Bestimmende. Was merkt der Betroffene? Dass er antriebslos ist? Der Betroffene, bleiben wir bei dem Bild, der hat so das Gefühl, dass er trotz des schönen Frühlings, trotz der positiven Umgebung, die er so wahrnimmt, alles negativ wahrnimmt, wie als ob er durch eine schwarze Brille schauen würde. Was sind denn die Ursachen einer Depression? Es gibt grundsätzlich drei Ursachenkomplexe. Man muss sich Depressionen immer als eigentlich stressassoziierte Erkrankungen vorstellen. Und da ist zum einen das, was wir an Stressresistenz mitbringen, also eine genetische Veranlagung entscheidend. Das, was wir an, ja die Tiefenpsychologen sagen, Urvertrauen mitbekommen haben. Man kann auch sagen, wie wir geliebt worden sind. Das macht uns sicher in unserer Stressrelevanz. Und dann kommt tatsächlich noch das, was in unserem Leben vielleicht belastend ist, an Lebensereignissen als dritte Säule von Ursachen dazu. Ist denn dann die Depression etwas Krankhaftes oder kann sie auch etwas Normales sein? Nein, eine Depression ist eine psychiatrische Erkrankung, die dadurch definiert wird, dass man eben über den bestimmten Zeitpunkt diese, im Wesentlichen diese drei Kernsymptome hat, dass man also sich als auch verändert wahrnimmt. Und das Gute daran ist, ist natürlich behandelbar, ist wirklich so, dass es sich auch bessern kann. Also trennen Sie das jetzt als Psychiater direkt auch von einem depressiven Verhalten? Es gibt ja viele, die dann sagen, ach, jetzt bin ich depressiv heute, ich fühle mich nicht gut. Da war ein Ereignis, was mich sehr aus der Bahn geworfen hat. Ja, ganz klar. Man kann natürlich als eine Reaktion auf ein belastendes Lebensereignis auch mal schlecht drauf sein, auch mal ein paar Tage schlecht drauf sein. Eine Depression ist aber dadurch gekennzeichnet, dass es über einen bestimmten Zeitraum, bei der Depression sind es zwei Wochen, unverändert, die meist, mehr als die Hälfte der Zeit so ist. Also gibt es einen Zeitfaktor auch? Genau, der Zeitfaktor spielt in der Definition auch eine entscheidende Rolle. Sie haben einen Punkt genannt, die Genetik. Gibt es da irgendwelche Häufungen, familiäre Häufungen? Ja, familiäre Häufungen gibt es tatsächlich. Das ist das, was die Sache eben erblich macht. Ja, also Geschwister haben ein höheres Risiko, wenn ein Mitgeschwister depressiv ist, wenn die Eltern depressiv waren, habe ich auch ein erhöhtes Risiko. Ist das dann ein organisches Problem oder ist das eher ein Umweltproblem? Jetzt könnten wir unheimlich kompliziert werden und ich könnte sagen, na, es hat mit einem Serotonin-Rezeptor-Polymorphismus und dann werden alle Zuschauer abgehängt. Also im Wesentlichen wird eine Depression auch dadurch gekennzeichnet, dass wir ein verändertes Verhältnis haben, mit Stress umzugehen. Das heißt, der Stress kann schlechter kanalisiert werden und wenn ich das jetzt behandle, dann arbeite ich tatsächlich auch an meiner biologischen Stresstoleranz. Also Berner, Depressionen, wie therapiere ich jetzt? Na, also das Wichtigste ist erstmal Hilfe zu suchen. Sich jemand anvertrauen, den Arzt konsultieren. Hausarzt kann ein guter Ansprechpartner am Anfang sein. Und dann haben wir grundsätzlich drei Therapieoptionen. Wir können ein bisschen warten, wenn die Depression ganz leicht ist. In der Regel werden wir aber eine medikamentöse Behandlung in die Wege leiten. Ab einem mittleren Schweregrad der Depression gibt es gute Behandlungsmöglichkeiten. Weiterhin haben wir noch Psychotherapie als Behandlung. Und wahrscheinlich am besten ist die Kombination aus diesen beiden. Und wenn die Depression schwerer ist, kann eine tagesklinische Behandlung wie bei uns am MHI möglich sein oder in schweren Fällen auch eine stationäre Behandlung. Vielen Dank, Herr Prof. Berner. Vielen Dank für die Ausführungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt wissen wir, was eine Depression ist, was depressives Verhalten ist. Wir haben die therapeutischen Möglichkeiten gehört. Wenn Sie die Sendung gemocht haben, dann geben Sie uns ein Like oder abonnieren unseren Kanal. Wir freuen uns auf dein nächstes Mal. Bis dann, bleiben Sie gesund. Tschüss, alles Gute. Tschüss, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.